Grüß euch beieinander, heute wieder da, es ist Dienstag in der Früh, wie das Wetter, das weiß ich nicht, ich habe noch nicht ausgeschaut, ist aber auch vollkommen irre, ich werde die Begrüßung recht herzlich zurück zur fünften Folge, glaube ich, von Yaga Entertainment Spec Ops D'Aline. Und wir campaignen fleißig weiter, resume, resume, resume. Das letzte Mal haben wir Beweis dafür erhalten, dass der Mr. John Conrad, John schlägt sich, Joseph Conrad, geht schon los. Phosphorus. Ich versuche, wenn ich das nicht wiedersehen kann, wird es zu schnell sein. Schau mal das. Tags. Wer? Conrad's command team. Ich wusste diese Leute. Listen. No better than I did, I promise you that. He knows we're here. I could not inspire them. They led a mutiny, foolish in a place like this. I don't blame them. They did what they thought necessary. But if order was to be maintained, an example I had to be made. Colonel, I'm Captain Walker. Captain Walker. Yes, I remember you. Kabul, I think it was. You performed admirably under the circumstances. Colonel, please. I don't know if I told you that. What's going on here? Survival, Captain. Plain and simple. Everything is teetering on the edge of everything. But this you already know. The rest you'll have to see for yourself. Welcome to Dubai, gentlemen. Step outside, Captain. What's going on, Walton? And after the nice influence, we were on. Radio man ain't running in Dubai. He's just a liar. He's just a liar. It's Conrad. He did it. All of it. Okay? So what do we do? We play along. For now. Okay. Hey So, war das jetzt wieder irgendein Entscheidungspunkt gewesen? Ich hab's nicht kapiert So, Welcome to Dubai Tuning off the camera net The road We're at home is the road Und wir werden the road, their road Folgen Die nehmen ja noch Sniper Tell your men not to worry, Captain The snipers aren't for you What the fuck is this? This is Dubai, Captain This is what I face every day My duty is to maintain order Without it, we would have died long ago This is a test Yes, it is A civilian on the right Stole water The capital defense The soldier on the left was sent to apprehend him Which he did Killing the man's family in the process Five Innocent people are dead Because these Two animals couldn't control themselves I get it We're meant to choose Choose what? Let's get out of here Lugo's right We need to get as far away from this as possible That's enough Obviously not Because we're still here They are guilty But what is justice? And how would you see it, Delvin? This is an order, Captain Who lives? Who dies? The путь To judge these men Or pay the price of insurordination We can't do this, Walker Yeah, let's just get out of here And go where? They have us surrounded What can I do now, please? When they shoot? We have to die Stop stalling, Captain You are running out of time Ah, shit Nein, wir müssten nicht da sein, wo ist deren die drei Pfeifen da? Oh, wir müssen die Dirk nur seit so einem Recall-Sense-Team. ARPG! Dead ahead! Sixty meters! ARPG on the train! Strike your gun! Oh fuck... We got another one! Should we go back again? This is so annoying. This is in the open! What are you doing?! Get back, get back! Yo, need I say more? Sample HAL! If you're still listening, they call off your men! Deny this thing. What you did at the gate. I think so. That's another! Team hail, Captain. Nothing more. Got one! No! Son of a bitch! We stand on ground and fight! ARPG! Instead of head! Sixty meters! That's another! Keep him off me for a sec! Hostile! On the move! I need some cover here! Throwing sticky grenade! ARPG on the train! Strike your gun! Coming in! What's that? I need some cover here! I need some cover here! Throwing sticky grenade! Gott ist das, ist das, ist das, ist das, I'm getting chewed up over here. I'm over here. I'm over here. I'm over here. Walker, do I have to go! I'm over here. I'm over here. So, I'm over here. I can't, I don't know, I'm over here. You really have to smell where you can go and where you can go. It's an ambush. Let's go! If you're still listening, they call off your men. Last time on the moon! Take off down! I think not. That was Self-Defense. Details, Captain. Nothing more. Fight yourself! What are we doing? Take cover! Take cover! There's an ambush. Let's go! Damn it, Colonel. If you're still listening, they call off your men. It's up! Enemy more! God damn it! That was Self-Defense. Details, Captain. Nothing more. Gotta reload! We stand our ground and fight! RPG! Dead ahead! Enemy down! Strike in the pan! That's our enemy, strike them! Strike come in here! Left-down moving! Watch out! It's down with the shotgun! Watch out! Strike out! Strike out! Strike out! Strike out! Strike out! Left-down moving! Meine Fresse, ey, sie sind überall, wie soll ich da überleben, aber naja, gut, wir sind zu dritt, was haben wir uns denn erwartet, in der Führung? Ja, ich lasse nicht! Fuckin' stay down! Sam's going, headed this way! Ich sag, wassing Hedge, run for cover! Hey, enemy in the open! Take em down! Got another one! Got a Shockrunner on the field! Got one moving! Ah, jetzt mit Ski-Brühen! Ja, nur wohin! Ich weiß nicht, wo entdeckt und geht der von wo nicht. Das ist ja riesig zu sagen. Gott, die f***er! Nun! Ah! Incoming! We need to fight shelter! No, no shit! Wir haben nicht die Feinde gehört. Wo ist er weg? Woher sind wir wieder? Da oben Tango, down! Gotta reload! Cover my ass! Woa! We've got this now, it's down! We've got this now! Oh goddammit! Tango, down! Tango! Oh my goddammit! Tango! 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 Ich weiß, dass du hörst, Colonel, also hörst du das, diese Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert und du wirst von deinem Kommandant geliefert. Kurz, prägnant, absolut nicht furchteinflößend. So, das ist auch extrem, jetzt haben sie lieb, freut mir, gut. No more. Whatsapp, was ich brauch, war halt einmal wieder Ammo, weil bei mir schauts in jeder Hinsicht schlecht aus. Was demone ist unbetrieft. Da ist jemand wieder intelligent. Auf einem Tipp, wir fangen an die Städte in der Mitte der Stadt an. Wir haben die Böden, nichts Neues. So, diese Böden wurden verletzt. Und verletzt. Along mit den Böden? Passport. Nur eine war readable. Zoe Strasberg, 29 Jahre alt. German-Aid-Worker. Sie sagen, ein Paranoid ist nur jemand mit all den Facts. Well, I don't have all the facts, aber ich bin officially fucking scared. Ich weiß nicht, dass die Facts verletzt sind, oder was das bedeutet für die Evacuation. Aber die Facts, man, you can't ignore die Facts. Ich muss find den Colonel fast, without raising suspicion. Und, wenn ich ein Messer auf dem Böden bekomme, vielleicht, sonst könnte es hier fertig sein. Aber, wenn nicht, Gott helft Dubai. Jetzt haben wir auch einen Blick auf die geistige Stabilität des Radio Man. Und ein weiteres, ähm, ein weiteres Fragezeichen. Weil haben vielleicht doch die Dubais angefangen. Dubai-City-Officials, äh, 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 executing, äh, aid-Workers. Unschön, unschön. Das ist ein Checkpoint, und dann wird's geh wieder duschen, oder? Wie viele Millionen Leute? Www one. Haha, haha. Hää-Haa. Jaa. RPG auf 2 Meter, quasi angesetzt. Racketen in's Gesicht gerückt. Gebette. Please, gun, please. Ohryg. Dammit. Wenn jemand mich hören kann, das sind Riggs. Wir wurden auf der 33. W Hole Nails anbussen! Reiniges Hilfe hier her. Riggs? Scheiße, Mann. Gold hat so gerade über das Poncho. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein bisschen zu schlafen, ich verstehe. Es ist ein bisschen zu schlafen, ich verstehe. Ich habe einen! Er hat erst ein bisschen Sticky-Grenz, ich verstehe. Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hey, enemy in the offhand! Take him down! Tango down! E... Let's go! Moving! Watch him! Over here! Got the fucker! Moving! Watch him, they're moving! Watch him! Oh Gott, das sind wir die Fröschen! Schau! Obe da, du Posten! Oh Gott, wie die Fröschen! Man, du... Und selber gesprengt! Der andere hat das schauen können, ich nicht. Was ist das? Ja... Puh... Also wenn das das Ziel vom Spiel ist, zu verdeutlichen... War sucks! Dann schafft es das richtig richtig gut, weil... War in das Game, War sucks! Ich brauche etwas Hilfe hier ASAP! Riggs! Fuck, Ben! Ich brauche das! Ich brauche das! Das ist ein Falsch! Das ist ein Falsch! Auf was soll ich schießen? Du bist so, bitte in Deckung! Es ist... Es ist... Ich verstehe nicht, warum er das tut. Er tut es einfach. Ich bin doch hier! Es ist schon, was ich bin doch mal! Oh Gott! Ich bin doch! Ich bin doch einen Mann! Eure Sie gehen! Ich bin doch nicht! Ich bin doch da! Ich bin doch! Auf jeden Fall! Ich bin doch ¡Fähig! Ich bin doch ein... Ich bin doch einer! Ja! Kilo! Auf dem Anstab! Er ist vor dem Anstab! Er ist vor dem Anstab! Er ist vor dem Anstab! Wir haben einen Anstab! Wir sind noch ein Anstab! Wir haben einen Anstab! Wir sind noch ein Anstab! Gut so, ich bin noch ein Anstab! Ja, Adams ist ein Anstab! Er ist okay, ich habe ihn! Hey, ich komme, ich komme! Verdammt, unter heavy Feuer! Geh, 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 geh! Das ist der letzte Schritt. Geh an hier! Keine Ahnung. Wahrscheinlich die guten. Hoffen wir halt einmal. Wir haben zuerst einmal die Waffen dort abgehoben. Ja, ja, cool bleiben Freunde. Hören wir noch kurz die Waffeln. Da kann man ja nicht drüber. Ja, ich komm ja, schau, wer bist du? Vielleicht hast du nicht gehört, aber wir haben einfach nur die Waffe. Der Kind hat eine Waffe, Kapitän. Name ist Sergeant Lugo, und er hat einen Punkt. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er, er hat nicht gemacht. Ich glaube, du kannst nicht alle, was du? Ich würde sagen, du bist nur ein. Typisch Kumpel-Kumpel-Bullshit. Willst du mich hören, bevor du mich abgeholt hast, son? Du hast ein Plan, nachdem zu töten alle, die du gesehen hast? Natürlich haben wir ein Plan. Geh auf, Agent. Was ist deine Route? Über 400 Meter von hier ist die Stadt's Hauptwasserfassilie. Wir waren in der Route, wenn wir geblieben wurden. Mein Haupt, Kapitän, ist, dass das verdammte Wasser und die ganze verdammte 33. Du glaubst wirklich, das Wasser ist die Schlage? Wir sind im Desert, Kind. Das Wasser ist die Schlage für alles. Ah, ok. Jetzt geht... Ah, nächsten. Geh auf! Ich kann es nicht sehen. Bleib runter! Ich habe ein Bild. Ist es Riggs? Nein, es ist Telltime. Wo ist der Mann? Hier. Du scheiße. Du scheiße. Komm schon, du schlägst mich an. Hier sie kommen, Leute. Open fire. Geh auf! 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 Da ist Info! Die wir jetzt nicht lesen werden! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Kopf ein bisschen raus! Danke! Puhle Echot! Du bist ein Scheißsoldat, mein bester! Geh auf! 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 Geh auf die Autofall. Ja, ist das so wichtig. Ich würde die hohe Seiten Warum haben die Hand nicht immer amortiert? Adams ist down! Sticking Grenade, out! Hostile ist down! Ja, Hüfe am Hut, du Posten! Got one! I can't fucking move! It's too hot! Take out that heavy! Get out of here! Get out of here! Get out of here! Fuck! Adam is down! What the fuck? Yeah, what does that bring? That hot brand's weird! With 12 damn... ...kugeln in the square! What should I do? That's for a hugo! That's for a hugo! Got one break from cover! Yeah! Hostile down! No ammo, no gaudy! Looks like we're clear! Whenever you boys are ready, meet me in the kitchen! You're gonna be okay! You're gonna be okay! Reloading! It's really unklappling! It's really unklappling! Get out of here! We don't take orders from you company man! Easy! You know the CIA didn't start this war! Army the locals probably didn't hurt! These people were ready to rise up! We just gave them tools! Tools to get them killed! Just keep telling yourself that kid! I don't know what to do! What the fuck is that?! Can teleporting too? The super CIA, what is that? Totos Kamel! Mmm! Yum yum yum! We got company! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Son of a bitch! I got one! I got one! I'm fucking fighting down! What happened now? Oh fuck! Ahhhh, the war is bad! Yes, the message is coming! Thank you, Jaguar Entertainment! The war is bad! You are a war game, and so, your game is bad! Watch it now! We got company! Cover us! I got one! Fuck! What?! That's not a war! Bro, what?! 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 I really think the balance is so humorous. I can feel it... I'm feeling it... Trust me, we got company! Watch it now! We got company! Wester's, Oli im Westland, ob wir sie haben. Der Riggs mit seiner Erbsenschleider ballert die Tür. Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Ja, nochmal, Levels sind ja auch schön, ist es atmosphärisch, gar keine Frage. Da ist es, boys, the Dubai Aquatic Colosseum. By my estimation, they are nearly 45.000 gallons of H2O. This is the heart of Dubai. They will cut off the heart at least the time. Now you're catching on. My men are running interference near the front gate. They'll keep the 33rd turn the other way while we sneak in the back. We're using the locals as decoys? They understand the meaning of sacrifice. Hmm, door's locked. Shit, they found us. What's the plan, Riggs? Hold them off. I'll get the door open. Gotta be fucking kidding me. Forget him, we got bigger problems. Fuck! They're coming up behind us! Get to cover! Hostile is shot! Hostile is shot! I'm moving from cover! Moving target! That's another! Woah! Pusick auszockt! Walker! I'm picking up a hostile frequency! Let's hear it! I'm moving port in. What do we got? Four targets, upper level. Golden, flashing clear, move. Here they come! Ah! I'm flying blind over here! Walker, that blink of flight! Dammit! We got one out of the open! We got one out of the open! I'm reloading! Oh fuck! Oh fuck! Get! Get another one! Get! 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 Und was war jetzt des wieder? Was sind des wieder für Spezialtruppen, die man nicht erschießen kann? Ah! Puff! Ja! Gut! Immer weiter! Immer weiter! They found us! What's the plan, Riggs? Hold them off! I'll get the door open! Gotta be fucking kidding me! Forget him! We got figure problems! Fuck! They're coming up behind us! Get the cover! Take them out! Hey! Enemy in the outfit! Take them out! Take them out! Are they even stronger now? Or are they just stronger from level to level to level? Let's hear it! Report in! What do we got? Four targets! Upper level! Golden! Flash and clear! Here they come! I'll run away, right? Roger that old. Ah! Flame flying over here! Got one! Got one breaking through cover! Enemy close! Look out! Catch off! Enemy move me! That's another! Ain't seen those guys before! That's pseudo squad! The 33rd's final solution to any enemy! Ummm nah Not that fast, buddy. Not that fast buddy. war die die wird zuerst die anderen nahmen es ist mir scheißegal was besorgt leckts mich am ohr schien nimmt die am omen ohne hober durch den dritten leichten Hoffen wir, einer muss... Naja, so dringend ist sie ja eh nicht. Das bewegt sich ja irgendwann. Du walker! Ricks und Myrtle, Ricks und Myrtle... Ich bin zu alt mit diesen Scherens. Was ist das wieder? Woh, 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 woh. Woh, 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 woh! Woh, 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 wuh, woh. Woh, 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 woh. Nee,ай nicht, jetzt! Was hat mich jetzt killt? Ah, Gott, das ist ein, ein, ein zielloses Gerenne. Äh, ähm, äh, Roulette-Spül kann im Entdeckung legen, kann im Entdeckung gehen. Fuck! Kontakt! Holy fuck! Take cover! Oh, we're out of cover! Ah, shit! They got atoms! Heads off! Enemy moving! Define! Go, go! Shotgun on the move! Gotta reload! Hustle dead! Jaa, sicher nicht wegen einer hier. Bob. Der Bob steht immer glücklich drüber. Heads-Trupp-Kick! Heads-Trupp-Kick! Gott, damn! Dieser Mann nicht will sterben! Ich will immer noch an ihm sein! Das ist für's! Das ist für's! Ah! Wo rennt er denn hin? Es ist ein Wahnsinn. Wie ist der Hilder-Frigs? Probabil hat er einen Herz-Attack. Das ist so schlimm. Ich kann nicht so weit gehen. Es ist zu heiß! Ich kann nicht so weit gehen. Was ist das? Soll das lag sein oder was? Hey! Enemy in the open! Take him down! Fuckin' stay down! Nichts! Ich weiß nicht, er kommt noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, er kommt noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, er ist noch nicht vorbei. Ja und wieder, M Triple. Nicht so schnell. Was ist das jetzt für ein lustiges, für ein lustiges Geräusch? Schaut das so aus, als hätte jeder, jeder Einzelne von den 112 Milliarden Quintrillionen Soldaten. Ein eigenes, ein eigenes Waffen, etwas Besonderes, das war so. Das ist alles von ihnen. Komm schon, wir sind fast da. Ihr Freunde haben die Trucke geschlossen. Ich werde auf die Seite von meinen Männern abschließen. Ich sehe dich in die Seite. Checkpoint reached. Ja, und wie es im Aquatic Colosseum von Dubai weitergeht, das werden wir das nächste Mal erfahren. Das war jetzt wieder eine reine Schüsserei, eine reine Frustrationsphase, die letzte Runde. Ähm, ja, the line, du hast das nicht besser gemacht. Wie gesagt, das ist, es hilft, ein, zwei pathetische Szenen reichen. Äh, ja, aber ich werde mir meine, ich werde mir meine Meinung bilden, wenn es vorbei ist. Das, das hat schließlich universelle Wahrheit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal pfittdenkparanand. Es war mir ein Volksfest. Enk hoffentlich auch. Habt eine gute Zeit und ein gutes Spiel, weil ich dabei einmal wieder out. Out.